Einer Tages, ein kleines Männchen wollte sie ihre Großmütter zu sehen. Sie sagt, auf Wiedersehen zu ihrer Mutter und machte sie auf dem Weg. Auf Wiedersehen, Mütter. Jutat. 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 Rote Caption. Jutat. Jutat. Universitat, Michigan. Jutat. Jutat. Ja, ja. Ich heiße Blau Kapschen. Besser. Ja, besser. Wo gehst du? Zu meiner Großmütters Haus. Wo wohnt deine Großmutter? Auf Bahnstrasse, in ein Arbor. Ich verstehe, ich muss gehen. Haben sie einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Das war Samsung. Blau Kapschen gehen um ihre Großmutter zu Samsung. Sie denkt über wie glücklich sie ist. Bären der Wolf läuft zu ihrer Großmutter. Alles was ihr denkt, ist das Essen, Blau Kapschen und ihre Großmutter. Der Wolf geht in Haus. Er sei die Großmutter und dann er ist sie. Großmutter, sie anders aussehen. Wirst du große Ohren haben? Wirst du große Hände haben? Wirst du große Augen haben? Einer ist blau, einer ist braun. Ich schmeckt nicht eure Hände das. Sie sind sehr behaart. Sie sind nicht Großmutter. Wollen Sie Michigan gehen? Ja. Ich möchte nicht. Sie zu essen. Kann ich dein Mascott sein? Ah, du bist ein Wolf. Sie können der Wolverine sein. Blau Kapschen und der Wolverine verbringen den Rest der Hochschule miteinander. Sie gingen zum Football spielen. Er wäre der Mascott. Und beide wären Michigan, Football und anderen auf das Ende der Seite. Sie sind wirklich in der Mitte. Rade, die mit dem Daumen. Sie sind unbedingt bei der Überstunden. Sie sind wirklich in der Mitte. Sie sind es am USA- und Schrauch. Sie sind eigentlicheinig. Vielen Dank.